Ich habe gedacht, das zu drehen oder zu schreiben und deswegen wollte ich diesen Ort ganz bewusst nicht erzählen, also jedenfalls nicht am Anfang. Das ist Berlin allerdings, das ist auch ein realer Ort natürlich, die alle kennen ja allerdings nicht so zusammengesetzt durch einen Location Scout oder sowas, sondern eher so ein Umfeld, also ein Alltagsschauplatz, der vielleicht sogar austauschbar wäre.